. 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 Ja, der FC Grenke war noch ein bisschen weiter oben. Ja, es hört sich. Das war so ein bescheidener Mensch, der so eine Ruhe ausgestrahlt hat und so eine Zufriedenheit. Ihr Partner ist mein Studienkollege. Er hat gesagt, du bist alle Fan von dieser. Dann hat er gesagt, ich bin mit dieser verheiratet. . 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